Noch scheint die Sonne. Noch ist es Tag. Sie kommen nur nachts. Sie kommen immer wieder. Mörderische Träume. Da draußen ist doch jemand. Ich konnte nichts machen. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nur so etwas tun. Ich weiß es nicht. Tina! Was sagt der Leichenbeschauer? Er sitzt da drin und ist am Kotzen, seit er das gesehen hat. Die werden mich zum Tode verurteilen. Hast du es getan? Nein, da war noch jemand im Zimmer. Er war allein mit dem Mädchen in diesem Zimmer. Es war abgeschlossen. Sie gingen lebend rein und wurde in einem Beutel rausgebracht. Keiner weiß, warum diese Träume kommen und ob man aus ihnen erwacht. Nancy, was ist mit dir? Du hast so geschrien. Nightmare. Mörderische Träume. Glaubst du an den schwarzen Mann? Nein. Du, was du willst, es ist mir egal. Du darfst auf keinen Fall einschlafen. Nein! Sie ist die Einzige, die mehr über diese Träume weiß. Und sie will nicht mehr träumen. Ich bin jetzt dein Freund, Nancy. Niemand wird überleben. Hilfe! Hilfe! Nati, wo bist du? Nightmare. Mörderische Träume. Mörderische Träume.